Hallo, hallo, ah nein, Entschuldigung, ich bin's doch, ich bin's der Tom, ich bin hier der Anrufbeantworter. Na, den kennen Sie doch, oder? Aber nein, Sie hören nicht Tom Hanks, Bill Murray, Kevin Klein oder Jeff Goldblum. Diese Stimme gehört Arne Elsholz. Er und vor allem seine Stimme sind sehr bekannt. Also ich würde mir nie erlauben zum Beispiel eine Dame zu veräppeln. Nein, nicht wirklich. Elsholz ist gelernter Schauspieler, hat sich aber auch auf die Regiearbeiten bei Filmsynchronisationen spezialisiert. Ich habe das ja sehr, sehr früh begonnen, 61, habe ich einen Satz gesagt, hallo Sir, und dann durfte ich zwei und dann immer mehr und immer mehr. Und so wird man das. Zur richtigen Zeit, am richtigen Zeit. Seine bekannteste Rolle als Synchronsprecher ist die für Tom Hanks. Mein Name ist Forrest. Forrest Gump. Das habe ich mir selber ausgesucht. Da habe ich Regie geführt beim Film und sagte, ach, ich bin komischer als alle anderen und ja. Als Synchronsprecher vertont Elsholz allerdings nicht nur Hollywood-Filme, sondern er spricht mit seiner bekannten Stimme auch in Funk-Werbespots. Vor einigen Tagen war Arne Elsholz im Tonstudio Carpe Diem in Appenweyer zu Gast. Hier produziert Korsta Danner seit 15 Jahren jährlich etwa 2000 Radiospots und Ansagetexte. Aber Werbung ist nicht gleich Werbung. Es geht zuerst darum, dass man irgendwie das Ohr des Hörers öffnet, irgendwie mit einer witzigen Aussage, irgendwie so einen Ear-Catcher quasi irgendwie an den Start bringt in den ersten fünf Sekunden. Und dass man auch irgendwie den Hörer neugierig macht auf das, was da kommt. Also schlechte Funk-Werbung ist immer die Werbung, die in den ersten fünf Sekunden gleich schon das Produktpreis gibt oder auch die Veranstaltung, die beworben wird. Gerade bei Synchronsprechern ist der Wiedererkennungswert bei Funk-Werbespots besonders hoch. Es ist natürlich so, dass der Werbeeffekt einer Synchronstimme, ich behaupte, locker zehnmal so stark ist wie von einem normalen Werbesprecher, weil man einfach die Glaubhaftigkeit, die Authentizität dieser Person mit quasi einkauft, mit seinem Bekanntheitsgrad. Synchronsprecher sind meistens gestandene Schauspieler. Und genau wie Schauspieler brauchen die Sprecher einen kreativen Freiraum. Es war ein Schweizer Kunde, der den Bruce Willis-Sprecher, den Deutschen, eben Manfred Lehmann, gebucht hat für seinen Anrufbeantworter. Und dann hat der Schweizer übers Telefon gesagt, ja, hallo, Herr Willis, ich möchte Ihnen mal vorsprechen, wie ich mir das vorstelle. Also Sie müssten quasi sagen, ich bin der Bruce, hallo, und hier ist der Anrufbeantworter von. Und dann hat Manfred Lehmann die Stimme von Bruce Willis gesagt, nee, so weit kommt es jetzt noch, dass mir quasi ein Schweizer vorspricht, wie ich Bruce Willis zu sprechen habe. Das Ergebnis eines Werbespots oder auch eines Ansagetextes für den Anrufbeantworter mit bekannter Stimme spricht für sich. Und so werden auch weiterhin bekannte Stimmen in den Produktionsräumen in Appenbeier zu hören sein. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit interessanten Menschen. Volltreffer!